Hallo, streich's mal aus? Kann man... Okay, mal sehen, was mit diesen Lastern los ist. Ich raff's nicht. Wo zum Teufel sind alle? Ja, wer da? Ja, das verheißt nichts Gutes. Nein, nun, Eki. Obtun ist der Karnier. Es nüftat nun. Im Durma Butoki. Ich spreche eure Sprache nicht, aber Panik erkenne ich. Delta, los jetzt! Hier gibt's Probleme. Gehen wir! Panik? Das war doch sehr freundlich, oder? Oh Gott, ich schwöre da solche Strecke. Oh Gott, wie viel siegen hier? Ja, bisher waren sie alle näher. Warum reichen die nicht ab? Na los, gehen wir schon rein. Also da hinten ist schon einer lang gelaufen, ne? Schon gesehen. Okay. Ich mach mal sicher, jetzt haben alle kaputt. Ach jaaa. Was warten wir hier, bis die uns irgendwann angreifen. Was jetzt wohl passieren wird? Oh, wir sind alle noch mal hier gefunden. Sehr, sehr. Du weißt, dass es ne Falle ist, oder? Ja, es ist definitiv nicht ne Falle. Oh, hallo! Hallo! Okay, mal sehen, was ihr könnt! So müssen sie die Nomaden erwischt haben! Anloschen, dann ausschalten! Es wird sterben! Hey, sag mal... Links sind die... Nachgedacht. Wow! Kameraden? Ja, ja, komm gut. Ah, irgendwas ist bei uns. Okay, hab den Jäger. Da ist der Kopfsatz. Na, da oben ist noch einer. Ja. Gesehen! Er hat mir Blitz! Da oben ist der Ding. Hab ihn! Was, nur noch einer? Ja, irgendwo ist noch was. Ja. Da ist der Ding, der macht die Unsichtbar. Okay. Vielleicht ist dieser Hintergrund beeindruckender als gedacht. Aber, was hat mich denn jetzt erwischt? Was hat mich denn jetzt erwischt? Oh ja, da haben wir die Kameraden noch da. Ich brauch Hilfe! Oh, Schiff! Schiff, Schiff, Schiff! Oh, schiff! Sehr kleine Fricker! na wo hat er sich versteckt da oben es gibt's doch nicht was erwischt mich denn da immer sind es diese bögen die so unfassbar viel schaden machen ich habe aber auch jetzt versinnlich nur die leertaste gedrückt deckungsshooter ich war in deckung der hat mich von der seite erwischt das alles noch mal machen naja da haben wir sonst nichts zu tun da war aber irgendwo so einen bogen gelegen den will ich jetzt holen so nehmen wir doch mal den bogen mal schauen was jetzt passiert so jetzt ganz klein auf die schneiden wenn man nicht da hin lag ja es ist definitiv eine fange ich bin sogar tot wenn ich in deckung bin ich weiß auch nicht was da gerade los ist da steckt mich jetzt da ganz hinten im eck kann ja nicht euernst sein seh ich gar nichts so mit dem rauch kann ich vielleicht schneiden das ist diese bögen die kommen direkt aus der hölle die blöden mischi hier das ist doch mal eine lösung das ist doch mal eine lösung wieso trifft jetzt zu mir dann auch granate der affe das ist ja nur ein bisschen witzig oh come on ok einer von denen ist weg was denn da war doch irgendwo noch einer da oben was habe ich denn jetzt erwischt jetzt weiß ich wer das ist die kameraden oben links auf dem protest deswegen dürfte auch in der deckung bin ja auch ganz mal aufhören ok hab ihn ja da ist noch einer hab ihn ja die unsichtbaren viehe da wäre ich ja voll freund von habe ich da irgendwie eine anständige waffe noch rumliegen nämlich lieber die wieder halt mal splittergranate zumal ist ja mal keine sniper munition hier bogenlicht hier falls du ein bogen wirst ne im gottes willen das ding war scheiße ich gehe wieder auf meine schnellfeuerwaffen da haben wir doch was das sieht aus wie die zentrale der nomaden ok wenn da keine pfeils dabei sind weiß ich aber na was haben wir denn da das ist mir egal es gibt keinen bogen ich hätte selbst gemacht aber weißt du er hat uns etwas heilig gut wir werden darauf achten wir sind hier fertig das dann zweiter ja derzeit zurück zum skippen ach moment da ist zahls ich hab zahls das ist doch cool so da sind wir wieder da ist zahls wo ist denn du ganz hinten noch gewesen ach sind wir jetzt durch war es das mhm ok na dann hoppel ich gleich wieder auf den kleider von dir ans gift ey muss man zurücklaufen warum nee warum hä wieso muss ich zurücklaufen ich glaube ich zurücklaufen warum geh doch einfach da aus dem fenster ding ja ok ich habe so gedacht dass man aus dem fenster gehen kann jetzt bin ich ja gleich wieder da glaube ich wenn ich den weg hier raus finde ach komm ich brauche doch keine Deckung mehr la 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 ach schön ho der sand ja gell mhm so da warte 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 ok na dann hast du die pferde immer noch nicht gesattelt ich bin fertig so nächstes ich gucke mal was wo haben wir denn ist die alte markierung noch da ne dahin dahin ok 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 jetzt da wir alle hier sind habe ich eine frage die ich schon immer stellen wollte als ihr abgehauen seid habt ihr mich doch vermisst warte 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 wo ist die markierung hin ok ist das hier mhm ja 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 da ist doch die fahne auch ne ich sehe gerade keine fahne ach da rechts ja herrgott nochmal ja ist ja gut ne aber klingt echt ganz cool der typ herr ich weiß ein wasserwerk mitten in der wüste o 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 Ja, okay. Ja, Moment, ich gehe mal in die Segung. Haben wir dann einen Führung? Ja, er hat... Moment. Okay, Jack holt sich. Da ist wieder ein Roboter. Alter! Oh, das ist wieder so einer. Oh nein! Ich kotze schon wieder im Strahl. Na, deswegen sind wir schon da. Na gut, wir hätten noch hinfahren können. Aber gut, dann laufen wir. Ach komm, lass uns hinfahren. Die zwei Meter? Ne. Wir müssen aber wieder zurück. Ach so, kannst du mitfahren? Nein! Ach ja... Das glaubst du, was ich schon längst für einen Schabernack gemacht hätte, wenn ich ohne dich fahren könnte? Jetzt kann ich nicht mehr rein. Jetzt hast du die Gegner anscheinend getriggert. Jetzt müssen wir's doch machen. Okay, was auf. Da gibt's wohl einen großen Brocken wieder irgendwie. Ja, dann würde ich den mal übernehmen, wenn ich den... Mal schauen, da... Da gibt's den großen. Kann das der sein? Ne, ne, der kommt erst. Der kommt da oben aus dem Container. Aus dem Gelben. Der direkt vor dir ist. Dann bin ich gerade am überlegen, ob ich versuch zu schleichen. Wenn ich ehrlich bin. Ich würde den halt direkt übernehmen, wenn der kommt. Oder versuchen zu übernehmen, falls das geht. Ja. Gefahr ist halt, dass ich eigentlich wieder nicht sehe. Ja, jetzt hab ich halt ne Scheißposition. Ich bräuchte halt irgendwo. Oh Gott. Dass der mich nicht gesehen hat, ist ein Wunder. Ohhhh, dass der mich auch nicht sieht. Okay, zwei sind schon mal weg. Jetzt guck ich mal, wie ich das hinkrieg. Warte mal, ich könnte ja hier. Tarnung. Oh, das ist gut. Okay, sie ist verlangt. Shit. Erledigen wir sie besser. Ich bin wirklich im Hintergrund. Oh, der hat mich gleich ein bisschen. Ich bin weg. Klar. Ich kann den übernehmen, dass so lange die Zone da ist, glaube ich. Ich renne zu euch zurück. Uff, das war knapp. Okay. Okay, das Ding ist weg. Okay, er holt sich, er holt. Check, holt ihn. Check, hat ihn. Na dann, können wir jetzt noch zugucken. Oh, Sniper? Es ist doch nicht euer Ernst. Nicht mit mir, ich bin gleich bei dir. Klar, die Gegner. Die halten natürlich einen Schuss locker aus. Okay, jetzt ist das Dingstrand weg. Achtung, da landet sich besser weg uns. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. Das ist kaputt. Ich habe auch eine Knabe, die Aua macht. So, da oben bist du ein Sniper gewesen, Sonder. Gucke ich dann mal, ob ich da vielleicht ein bisschen Moniton für mich finde. Hä? Was ist jetzt hier unten? Achso, das ist eine Dropshot. Oh nein. F**k, ich wollte doch eigentlich einen Puls haben. Hm. War's das schon? Da war doch hier ein Sniper. Nein, da muss ich dir so noch da. Ne, der Sniper, der war hier und ist um die Ecke gerannt. Um die Ecke? Ähm, ja, wie kann ich dir das zeigen? Warte mal. Äh, komm. Ja, du bist schon richtig hochgeklettert. Komm mal mit. Hier nichts. Äh, ist aber nur eine Schockgranate da. Hä? Wo bist du? Und nur eine M-Bau. Da oben. Wo hat's denn? Aber hier hat's ihn zerlegt, das hab ich gesehen. Genau hier. Kann das irgendwie runtergefallen? Hm. Na gut, ich hab erstmal keine Monit mehr für das Mal, aber da. Ist das jetzt schon fertig? Ne, ich glaub irgendwas fehlt noch. Was müssen wir denn machen? Keine Ahnung. Aber der, 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 der Check. Und der generiert auch schon wieder so. So langsam. Hm. Irgendwo ein Gegner? Ja, Moment. Ne, da sind nur die Waffen die auf dem Grund liegen. Oder haben wir jetzt das ganze schon wieder gepackt, weil wir den großen übernommen haben. Ja, wir haben ja trotzdem getötet. Ja, aber... Oh, eine Snidermonie gefunden. Oh, da ist doch noch was. Ne. Scheiße, das war unsere. Da, ich hör was. Da ist einer. Ja. Klatsch. Okay, ja. Okay, Gerta. Alles klar? Sauber. Wir auch. Paddock, wir haben die alten Docks gesäubert. Dein Bohrer sieht okay aus. Sollte unbeschädigt sein. Na dann. Oh, da ist doch noch was. Ich sehe doch da noch was. Aber wenn er zu schütten beginnt und raucht... Rauft! Oh, okay. Schluck, mach mal bitte hier den Turm. Hm. Alles gut. Dein Bohrer hat uns nicht aufgebracht. Okay, jetzt ist es fertig. Dann Glückwunsch! Ihr habt es fast geschafft, dass wir wieder eine Wasserversorgung haben. Ihr müsst jetzt nur noch nach der Pumpstation sehen. Na, dann gucken wir uns die Pumpstation an. Ich glaube, wir sollten zum Skiff zurück. Ja, okay, Delta. Rücken wir aus. Ich renne, ich renne. Ach, ist der Wald weg. Das hätten wir uns sparen können. Aber hey. Ein bisschen laufen zu den dazu. Schlecht. Jetzt kommt der erste. Welche schicken? Macht dich wohl lustig. Aber ja, das wäre sehr hilfreich. Na, auch mal hier. Ja, ob man noch einen Langsatz angeschaut. Stelle markieren? Ja, ich bin dabei. Ach, hier, okay. Ist das da oben auf dem Hügel? Ja, ich vermute. Ja, guck'n, ja, guck'n. Äh, jetzt ist das eine Brücke. Das ist so eine Brücke. Wir müssen da irgendwie hoch. Ja, ja, fangen wir einfach da hoch. Ach, da rechts, da rechts rum, rechts rum. Da kommt man da auch hoch, oder? Ach ja, guck' mal da an. Hey, ja, ich weiß, da hat er irgendwie grad. Hä? Wo fährst du jetzt hin? Du hast doch die Markierung dahin gesetzt. Ja, ne, hallo? Hä? Du willst doch zur Pumpstation, oder? Ja. Die ist doch hier. Dachte ich. Das heißt, du hast es sicher. Das muss die Pumpstation sein. Doch, tatsächlich. Halt sie mir an? Ja.